Es ist so dämlich, das Spiel, dass es schon wieder geil ist, irgendwie. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von der Steam Spiele-Vorschau. Wir spielen heute Kamelbirds. Anscheinend ist es ja nicht viel. Ich kann hier Ready drücken, W, und dann erklärt er mir, was ich machen soll, und dann geht das schon los. Ich mach gar nicht mehr. Warte, ich will noch mal ins Hauptmenü. Guck mal, das ist das Hauptmenü, das ist das Spiel. Da bin ich gerade gar nicht gewesen. Ach, guck mal, ich kann jetzt sogar meinen Vogel auswählen, das ist ja lustig. Ich will noch einen Vogel haben. Also wie gesagt, das ist eine Demo. Komm, wir machen einfach. Ich hab keine Ahnung. Ich probiere das jetzt einfach aus. Ich frage, so wie viele Leute muss ich warten, wenn ich online spielen will. Okay, wir haben ja anders entschieden. Wir spielen Catch Bird. Weil bei Online ist keiner da. Du scheiße, da ist ein Vogel. Komm her. Wie soll ich denn den Vogel fangen? Du, dich krieg ich jetzt. Komm her, mein Freund. Ich krieg dich. Nein, hallo, Orlenk. Was ist das denn? Was spiele ich hier? Kann ich Bunny hoppen? Ich glaube, jetzt habe ich eine Enkel getrieben. Ha! Hey! Was mache ich hier? Das spielt doch lustig aus. Ich wollte es probieren. Was kann ich hier machen? Das ist wirklich meine richtige Demo. Hey, guck mal. Englisch. Oh, es gibt sogar Deutsch. Okay. Ich habe mal einen Ton ein bisschen lauter gemacht. Was ist das immer alles? Du bist laut? Das spielt das erste Mal, dass es leise ist. Ach ja, alleine spielen. Okay, geht los. Komm an. Aller, ich habe mich durchgedübt. Springen. Das klingt so, als würden die Bots hinten irgendwo dagegen rennen. Checkpoint. Kann ich mich umdrehen? Kann ich nach hinten gucken? Ich dachte gerade, ich glaube, ich laufe falsch. Wie? Das ist ein dämliches Spiel. Okay, also... Guck, da geht es nicht lang. Wenn ihr mal ein neues Partyspiel sucht, ich glaube, da ist das ja, wäre für mich ganz vorne auf 1. Platz. Weil ich wollte unbedingt ein Rennspiel... Wuppala. Ein Rennspiel spielen. Also geht es ja doch durch. Wäre ich abbiegen müssen? Wäre ich mich verlaufen? Ich bin ein bisschen verwirrt, wo ich hier langlaufe. Ob das hier richtig ist, oder nicht. Aber soundtechnisch, ne? Ich wollte mich gerade besperren, wo wir uns hangen, aber da lief ja gerade Musik. Alter. Hey, renn! Was ist mit meinem Huhn los? Das geht so noch besser. Runde 1. Ich liege immer noch in Führung. Ob ich das will, ist eigentlich eine andere Frage. Finde ich. Muss ich jetzt noch eine Runde rennen? Himmels Willen. Ich will mal ein paar Hühnchen auflaufen lassen. Warte, man kann ja nicht mal rennen, ne? Komm, der Zug. Hey! Okay, okay, okay. Abkürzung aufgegangen. Ah, wenn man langsam ist, kann man eine Abkürzung nehmen. So funktioniert das also. Ey, die springen ja gar nicht. Das sind die dümmsten Bots, die ich jemals gab. Muss ich ehrlich sagen. Also, liebe Spieleentwickler. Mach die Bots mal ein bisschen schwerer. Müssen wir wissen, wann hier die Türe aufgeht. Was machen die denn? Jungs, das ist ein Rennen. Kommt ihr jetzt mal, oder? Schön. Ich muss ja den armen Vogel hier ein bisschen schuhen. Ich denke, mit mehreren Leuten macht das schon mehr Spaß. Komm, wir wollen die Abkürzung... Der kämpft dort einfach. Dann haben wir uns nicht immer jede Abkürzung angeschaut hier und so. Das war keine Absicht, dass ich da durch bin. Ja, gut. Sollen wir die drei Abkürzung angeschaut? Das ist ja... Guck mal, da waren Zielscheiben. Hätte ich auch noch schießen können. Ei! Ei! Oh, hoffentlich ist es noch eine Runde. Kann ich jemanden auch schießen? Ist es noch eine Runde? Sind es drei Runden? Nein, das sind keine drei Runden. Ah, das habe ich viel zu spät gut bekommen. Gott, ist das dämlich. Es ist so dämlich, das Spiel, dass es schon wieder geil ist, irgendwie. Achso, warte mal. Aber da hätte ich ja bei Catch Bird... Ah, guck! Jetzt, jetzt hole ich mal einen Vogel. Kommt her. Alter, ich will einen Vogel kriegen. Das ist so dämlich. Komm schon! Muss ich tief erzielen. Nein! Ob Wendemanöver sind ganz, ganz kompliziert. Das ist ja, habe ich noch eine Pistole oder sonst irgendwas? Nee. Ich will den Vogel einmal kriegen. Komm schon! Ein Vogel. Gönnen wir den Vogel. Gönnen wir einen Vogel. Boah. Das war doch getroffen. Wo sind die anderen da hin? Also ich glaube, das ist die beste Demo, die ich jemals gespielt habe. Weil die ist halt wirklich noch... Ich will es nicht schlecht sagen, aber die ist halt wirklich nicht gut. In dem Sinne. Ich hoffe einfach, dass hier noch Potenzial da ist, dass es besser wird. Weil wenn es so veröffentlicht wird, ich glaube nicht, dass das ein Erfolg ist. Ich habe das schon eindeutig getroffen. Jetzt finde ich gehen sie mal. Warte, ich mach nochmal neu. Ich mach nochmal neu. Catch Bird. Komm. Jawoll. Ey. Will ich was machen müssen? Ja. 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 Komm her. Komm. Okay. Ja, ich habe ihn gefangen. Ich habe ihn gefangen. So, jetzt müssen wir noch einmal die Leute abschießen. Dann habe ich immer alles geschafft. Das habe ich vorher nicht gewusst. Dass das geht. Zeige ich die Waffen? Komm her! Das ist ja gar keiner mehr drauf. Das sind doch nur die Vögel, die hier rennen. Da ist ja geduckt, die ganze Zeit. Muss ich das nicht ganz verstehen, oder? Da klack, 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 klack. Kommst du her? Ist gar keiner zum Runterschlagen. Spannend. Leute. Ganz ehrlich. Äh, checkt euch prima aus. Lasst mir einen Like, einen Kommentar, oder was sagt ihr dazu? Wir sehen uns bei der nächsten Steam-Spiel-Forschau am nächsten Sonntag. Bis so dann. Und tschüss. Das ist ein Scheiß. Im Himmels Willen. Das ist ein Ich-Kern. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020